Wege Koordinaten wurden zu unserer Artillerie Wow Ja, und dann treffe ich nicht mal den da Ja genau, leg dich hin, du Wichser Ruhig bleiben Ruhig bleiben halt, habe ich gesagt So, jetzt hält man Komm schon Ach Mensch Nachladung Okay, auf jeden Fall aber Der Camping Spawner gefällt mir richtig gut Komm schon, komm schon Ach, ich will nicht den verdammten Felsen treffen Nice Komm schon, den Fahrer habe ich dann rausgeschlossen Nice, was ist denn das? Was ist denn da grad los bei mir? Sehen durch absolut nix Scheiße, ne? Ja, komm, man geht raus Das gibt's ja nicht Komm, leck mich doch einfach mal richtig hart Kommt dieser scheiß Panzer, wenn der schon wieder da ist, ich dreh durch Diese verdammte Arschloch schon wieder mit seinem scheiß Panzer da ist Warum? Das gibt's nicht, wo kommt der her? Ja gut, ich muss ein bisschen ruhig bleiben, ich bin da viel zu hektisch Viel zu hektisch bin ich, aber die Kills kommen auf jeden Fall Na, okay, das wird mal halt ein bisschen mal nur die Die Snapper runter Ach, ich bin da viel zu hektisch Ach, ich bin da viel zu hektisch So, oben Ah, Treffer, okay, aber Ich kann ja auch noch sterben, da ist jetzt hinterm Felsen der Wichser Ja, nice Ja, mit mir sicher nicht Von allen Fenstern, egal wo ich hingehe, ich werde von überall beschossen Und dieser Panzer, der nervt mich schon so, der kann nicht so lange überleben, wie geht das? Das ist einfach nur so ein asozialer, penetranter Panzer Ja, ja Ja, nice Schon wieder der verfickte Panzer, das gibt es nicht Der sitzt die ganze Zeit in seinem scheiß Panzer Danke Ach, meine Fresse, seht ihr? Jawoll, ich sterbe Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir Killst den? Der ist im Haus Hallo? Den habe ich mal richtig traufen, fast sogar Kopfschuss Der ist weg Nicht mit mir, sicher nicht mit Scharfschützenprofi Wie mir, so Sicher nicht Ja, Mann, fick dich doch mit deiner scheiß Schaufel Ja, ja, komm schon, ich möchte bei dem Spawn, bitte, bitte, komm schon Ach, Alter Oh, nice, endlich Ach, und von hinten mal wieder Wo war der? Da war ja gerade einer von mir Wo ist da die Deckung mal wieder? Die war mal wieder nicht da, schade eigentlich Nice, ey, 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 ruhig, 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 mein Freund Komm, okay, komm, schnell auspferd Schnell auspferd, schnell auspferd Schnell auspferd Ja, nice Komm schon, ja, nice Das gibt's nicht von wo? Der hat mich gekillt Ich drehe durch Let's go Scheiße Der ist mir jetzt entkommen Den hab ich ordentlich erwischt Den muss ich ausschalten, bevor einer von meinen Männer ausschaltet Nein! Leck mich im Arsch! Oh, der ein Glück gehabt Die haben alle gerade ein Glück gehabt Ich hätte wieder so viele umgebracht, nein Okay, komm schon, alter Pferdchen Wenn du scheiße bist Komm Rückwärtsgang Rückwärtsgang Du blödes Pferd, alter Du blöder Gaul Meine Güte Ach, okay, den hole ich mir trotzdem so Ja, gerne, gerne gemacht, gerne, danke, kein Problem, absolut Immer wieder gerne Das Pferd ist einfach total nicht zugebrochen Alter, von wo kommt die Scheiße? Egal, macht nix War auf jeden Fall mal wieder eine absolut geile Runde Ja, liebe Leute, auf jeden Fall mal wieder, danke, sehr angeschaltet Und wir sehen uns dann wieder mal beim nächsten Mal Reingauwiederschauen Bis dann, tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü